Ja, Hochwassersituationen hatten wir in der Vergangenheit, also wenn wir ganz weit zurückblicken, ja hauptsächlich im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze eingesetzt hat. Inzwischen hat sich die Situation verändert durch die Extremniederschläge. Wir denken an Dresden. Dresden war ja völlig landunter, kann man sagen. Die mussten auch durch diesen Handlungsdruck, der dadurch entstanden ist, ganz klar reagieren auf diese Situation, damit sowas nicht nochmal passiert. Da haben sie beispielsweise ganze Parkanlagen tiefer gelegt. Das heißt, der alte Baumbestand ist auf solchen, wenn man an die Inseln denkt, an die Halligen denkt, wie auf so Warften der alte Baumbestand. Und der Rest ist tiefer gelegt worden, um so für Überschwemmungsgebiete zu sorgen. Also wenn ein Hochwasser auftritt, dann ist da ein Gebiet geschaffen, dass die Häuser nicht überflutet werden und die Menschen geschützt sind. Zumindest ist das ein guter Ansatz, um innerhalb der Stadt was zu machen.